Meine Herren, ich werde mich noch einmal auf Sie verlassen. Zu Versuchszwecken werden wir vier unserer jungen weiblichen Gehilfen zu einem Weiterbildungspraktikum auf Ihr Revier versetzen lassen. Ich lege Wert darauf, dass Sie nicht nur Hand in Hand, sondern eng mit Ihnen bei allen Aktivitäten zusammenarbeiten werden. Geben Sie mir mal das Steuer. Du hast doch wohl Moos an der Tanne. Man gibt Ihnen den Auftrag, vier Mädchen auszubilden und aufzupassen auf Sie. Diese Mädchen werden eine nach der anderen gekidnert. Mademoiselle Rocourt! Mademoiselle Rocourt! Letzte Warnung. Stellen Sie sofort die Ermittlungen ein oder Sie verurteilen sie alle. Das Gehirn. Das Gehirn. Nein, wie wird es mir denn? Das weiß ich doch nicht. Nein, so. Jetzt rennen Sie auch schon als Frau verkleidet in der Gegend. Also doch! Oh! Nein! Oh! Ich danke dir, mein Gott! Du bist Spätze! Ich habe gerade einen SOS-Ruf von Ihren weiblichen Kollegen einfangen können. Sie sind offenbar in Todesgefahr auf einer Jagd. Los jetzt! Ich habe jetzt die Schnauze voll! Es liegt in Ihrem eigenen Interesse, diese Mädchen sofort niederzufinden. Vier Tage Arrest bei Trockenbrot und Kerze. Das wird euch ein bisschen... Scheisse. Musik Untertitelung des ZDF, 2020